Ihr Verlust ist mein Gewinn. Bei mir ist es seltsam, dass die Mutter den Toast auf die Prinzessin ausbringt. Du bist meine beste Freundin. Ich liebe dich so sehr. Ich auch. In dieser Folge, mein erster Termin ist mit der zweitplatzierten einer Castingshow, Diana de Garno. Wieso weinen Sie? Most die Leute sind oft aufgeregt. Sie finden ja ich an zu weinen. Schon wieder? Ich bin fertig. Wieder Tränen. Mit Brautkleidern ist es wie mit Ehemännern. Beim richtigen sollte man nicht weiter suchen. Seit über 30 Jahren finden mein Team und ich für jede das perfekte Kleid. Wir erfüllen die Träume der Bräute von Beverly Hills. Hallo, ich bin Rene Strauss mit der Platinum Bride. Hallo Jess, es ist Rene. Ich bin in 10 Minuten da. Wie läuft's? Heute muss ich pünktlich sein. Mein erster Termin ist die zweitplatzierte einer Castingshow, Diana de Garno. Hoffentlich finde ich was. Hi, ich bin Diana de Garno. Ich bin Diana de Garno und habe in der Castingshow American Idol den zweiten Platz belegt. Damals war ich 16. Das ist jetzt fast 10 Jahre her. Ich bin mit einem ganz wunderbaren Mann verliebt. Ace war in der fünften Staffel von American Idol unter den Top Ten. Ace und ich waren automatisch attraktiv, wir hatten von Anfang an eine besondere Verbindung. Seinen Antrag machte er in aller Öffentlichkeit. Er kniete während des Finales der elften Staffel nie. Damit hat er nicht nur die Zuschauer überrascht. Ich war total von den Socken. Sie sind erwachsen. Aus ihr ist eine Frau geworden. Meine Cousine Selina und meine Freundin Stacy und Elina. Wir finden was Tolles für sie. Jessica kommt auch aus der Provinz. Sie wird sie beraten. Beide sind bodenständige Frauen. Ich habe auch für sie gestimmt. Wie war die Jury? Besonders Simon, wenn die Kamera nicht mehr lief. Das kam ganz drauf an. Mich hatte er nicht in der engeren Wahl. Ich bin ein großer Fan von ihr. Ich habe die Staffel verfolgt und war sehr enttäuscht, als sie nicht gewonnen hat. Was stellen Sie sich vor? Jedenfalls kein ausladendes Ballkleid. Viel Spitze und etwas Glitter. Im Herzen bin ich ein Cowgirl vom Lande. Und natürlich bezahlbar. Sie denken preisbewusst, aber wenn etwas ganz Tolles dabei ist, hier ist mein Checkheft. Wichtiger als der Preis ist, wie man sich daran fühlt. Gleich wieder da. Meine Kleiderauswahl für Diana. Viel spitze, romantisch und elegant. Wie ein süßes Mädchen aus der Provinz. Und? Einfach super. Was würde ich sagen? Es würde ihm auch gefallen. Ich will ihn weinen sehen. Falls ich nicht vorher heule. Die Applikationen sind für meinen Stil. Liebe auf den ersten Blick. Das erste Kleid hatte alles, was ich mir vorgestellt hatte. Herzausschnitt, Spitze und ein wenig Blink. Die Applikationen sind aus fremster französischer Spitze. Der Preis 6.000 Dollar. Das erste Kleid war es für mich. Wir waren vorher schon in der Stadt gewesen und haben online gesucht. Dieses hatte etwas von allem. Das war's dann. Oh mein Gott. Hände.